Im November haben sich im Hotel Elite in Biel über 100 Leute in schönen Kleidern und Tanzschuhen eingefunden. Der Grund dafür ist die Tanzschule Diana. Sie hat zum 30. Geburtstag einen Tanz-Oben geladen. Wir wollten von den unterschiedlichsten Gästen wissen, was sie hierher gelockt hat. Es ist ein 30-jähriges Jubiläum von Diana. Ich bin eine Tanzschule von ihr und ich komme auch so gerne bei ihr. Was erhofft ihr euch von oben? Eine super Abend, dass es eine super Abend wird. Wir kennen Diana sehr gut und wir tanzen gerne. Und was erhofft ihr euch von oben? Ein lustiger, schöner Unterhaltssamen Abend mit Kollegen. Wir haben früher einen Tanzkurs gemacht. Es war sehr schön, sehr interessant zu bieten. Wir gehen gerne tanzen. Was erhofft ihr euch von oben? Wir haben sicher 100% zusammen Abend, weil sie ein sehr gutes Programm vorbereitet hat. Sie hat sicher sehr schöne Vorträge gesehen. Ja, eigentlich auch, dass wir unterhaltssamen Abend warten. Und wieder mal viele Leute zu sehen, die man vorher gesehen hat, die mir im Tanzkurs gegangen ist. Wir haben schon einige Kollegen getroffen jetzt gerade. Und eigentlich ein schöner Abend, ja. Das Tanzstudio, das wir alle drinnen tanzen, das ist Diana Dance Studio. Und das feiert heute eigentlich das 30-jährige Bestehen. Und zu diesem Anlass haben wir im Prinzip eine grössere Veranstaltung durchgeführt. Mittlerweile sind es über 200 Leute, die sich angemeldet haben. Und es ist sehr spannend, das mal zu sehen, wer da alles kommt, oder? Ich habe es selber ja nicht gewusst, oder? Und bin überrascht, wer da alles kommt. Dass sie am Abend aus diesem Raum rauskommen und sagen, schön. Vielleicht möchte ich selber auch wieder mal etwas mehr tanzen, oder? Das erhoffe ich mich aus diesem heutigen Abend. Danke, Roland. Ich habe Geburtstag. Das heisst, meine Dance Studio hat Geburtstag. Und das heisst nicht ganz, dass ich Geburtstag habe. Dir hat Geburtstag. Dies ist Diana Dance Studio. Willkommen zu unserem schönen Fest. Ich habe ein super Team, das mir geholfen hat, das zu organisieren. Allein hätte ich es nicht können. Wäre unmöglich. Wir sind über 220 Leute, die schon gemeldet waren. Und die kommen noch den ganzen Abend so. Es wird ein super Fest gewesen. Eine ganz herzliche Merci an meine Doktor, Dana Bangete, die hier ist. Und schaut zu deinen Namen. Ein Merci für den herzlichen Glückwunsch von meiner zweiten Doktor. Sie ist jetzt leider in Schenghai in den Ferien. Ich werde sie auch hier. Aber sie hat auch für die Liebe geschenkt für uns. Und sie wünscht uns einen tollen Abend. Ich möchte nicht eine halbe Stunde hier diskutieren. Ich werde noch viel sehen. Und ich werde noch viel tanzen. Ein sehr, sehr speciales Thank you zu Melanie, Hip-Hop-Lehrerin. Wo ist sie? Melanie von der Fatschau. Sie werden es dann später auch sehen. Und ich wünsche allen vom Herzen gute Besserungen zu meiner Zoom-Lehrerin, und ich sage, sie ist krank ins Bett mit Fieber. Verschweren Sie hier. So, das ist genug gesagt. Jetzt möchte ich euch ein bisschen bewegen. Und ein bisschen Party-Time. Und das heisst, die kommen für euch tanzen. Merci für euch. Ich komme jetzt zur nächsten Vorführung. Und zwar sind das Hip-Hop-King. ��V-Ein No. I'm the real, no lie I don't know what it is, but you're just my type Everything just right B-SIM, put it to the left, don't listen to the hype I'm alive, I'm alive, I'm alive And oh, I can fly, I can fly, I can fly And oh, I'm alive, I'm alive, I'm alive And I'm living every second, minute, hour Bigger, better, stronger, power I got that power I got your power I got that power Power, power, power I'll keep you down I'll keep you down I got that power I got that power I got that power I got that power Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2019 I can hear the sound of violins long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me loud Sway me smooth, sway me loud Sway me smooth, sway me loud Drive a roll at the partition, please Drive a roll at the partition, please I don't need you thinking you're staying on her knees Took twenty-five minutes to get out dressed up We ain't even gonna make it to this club I'm a master running red and it sticks more Oh, he's so funny, yet he won't look for He popped on my butt and then he ripped my blouse He wanna cut a whiskey all up my gown Water lady, daddy, didn't bring the top Oh, baby, 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 I slowed it down Took twenty-five minutes to get out dressed up We ain't even gonna make it to this club Take one Yeah Uh Ha Yo Step back where she at, man, I'm in my soul If you can't keep up with where I'm at, then take your essay home Raise the flag and tell the people, come the queen, it's on the floor Watch how they leave you standing there, just leave you all alone You a clone up, watch your people go and get your own Matter of fact, I don't give a fuck, you can't step from my soul I'm a Philly, full of red brains, never left my bones I'm a pussy, pussy, mocha, ramble while my name is Lone You'll never say that I'm not killin' em Kill, kill, killin' em Killin' em 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 Killin' em Killin' em Killin' em Kill, kill, killin' em Das war's für heute. Let your knees drop, while the B-Rock Nima's schemes seem sound like B-Rock You gotta hit the G-Spot, life's too short like an E-Walk You may read the drinks, I'm on me, my King LeBond, my King LeBond Girls with fish and whites, we're in a juice, my King LeBond, my King LeBond For me, I'm eating my place, my King LeBond, my King LeBond If the knees don't sleep, we'll train your days here, we're King LeBond, we're King LeBond I'm eating my place, my King LeBond, my King LeBond I'm eating my place, my King LeBond, my King LeBond I'm eating my place, my King LeBond I'm eating my place, my King LeBond Musik 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 Let me know that your daddy is too Hey, baby, won't you stop what you're doing? Go on the home, put your big rest on Tell your mom I said I'm not worthy I'll have you home before the broken doll Sonia's got a squeeze box bumpin' Give it those guys a bit like Get me over by the side of the river But there's people doings down at Woodrow's Heights Take my bachelor right to the bio Hold on all over to the Bay-Doh-Doh Don't be late, don't keep it wait Everybody's gonna go I wanna be there when the band starts playin' Side of gold music if you wanna dance Sun's goin' down and the moon's shinin' By the white lightboat made more bands I got a wish, I just might pop it I know some that you don't know I got a rainbow in my pocket Tonight's the night and you can't say no Take my battle down to the Bible Hold on all over to the Bay-Doh-Doh Don't be late, don't keep the weight Everybody's gonna go Take my battle down to the Bible Hold on all over to the Bay-Doh Don't be late, don't keep the weight Everybody's gonna go Oh, oh, oh Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es hier mit dem Tanz. Hallo Dave, wir machen das heute mal ein bisschen anders. Wir machen den Sendingsschluss mit Diana, sie ist Tanzlehrerin und sie wird Dave jetzt beibringen zu tanzen. Mehr? Ja, mehr. Ich kann doch das nicht. Mal, das geht schon. Aber eines sage ich dir, ich mache das auf jeden Fall nicht alleine. Wenn ich mich schon blamieren muss, dann nicht alleine. Ja, ich kann es nicht, schau mal meine Füsse an. Das kannst du, das kann jede Person lernen zu tanzen. Aber dann würde ich sagen, komm mal mit an die Kamera. Die ganzen Leute, die sich hier hinter der Kamera verstecken, die kommen jetzt alle schön mit und machen mit würde ich sagen. Das freut ihr euch, oder? Ja, sicher. Weisst du ja Chef? Ja, Chef. Du freust dich auch? Nein, Chef. Du darfst die Kamera herstellen. Du bist heute Abend entlafen. Gut, dann, du lehrst uns das jetzt. Ich hoffe mal, das bringt uns etwas. Wir können das lernen. Linker Fuss. Linker Fuss. Gehen wir nach vorne. Eins. Zwei. Si. De. Und zurück. Seine. Zwei. Zwei. De. Un. Eins. Zwei. Zwei. De. Und zurück. De. 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 Und eins. Zwei. Zie. De. 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 Links, Rechts, Seite und links und links zu rechts. Links, rechts und links. Jetzt habe ich das. Wir können hier Luis probieren. Ja, weihe schon. Ja, das ist gut. Hätte ich schon einmal anbauen. Ich würde sagen, ich muss das jetzt noch ein wenig üben. Da das relativ improvisiert ist, zeigen wir euch jetzt noch eine kleine Zusammenfassung von heute Abend. Und ich übe das noch mal. Musik So Diana, hier oben ist fast rum, wie ist es gelaufen? Absoluter Hammer, das ist so ein riesiger Erfolg, so schön, so viele Leute sind gekommen, so viele Komplimente, Musik, Shows, Leute, alles, die absolute Stimmung ist richtig. Was sind denn so für Komplimente gekommen? Komplimente an die Swingtime Big Band, die sind die absolut fantastischsten Musiker. Meine Showdancers haben Komplimente bis zum Bach runter bekommen und wir haben alles von Hip-Hop zum Line-Dance zum Paar-Dance zum Tango zum Rumpen. Nur eine kleine Palette, aber doch ein bisschen zeigt, was sie unterliegt in das Tanzstudio. Komplimente an die Leute selber, die Gesellschaft haben gewisse Niveau und ganz klar, wie schön, dass meine Leute angelegt sind. Und Organisation haben sie auch gesagt, wow, so mein Kopf ist ein bisschen gewachsen jetzt gerade. Wir haben es 30 Minuten lang probiert, aber nicht haben ihn bekommen. Das ganze Team hat es probiert, aber niemand hat es wirklich geschafft. Was heisst das? Ihr müsst entweder besser sein als wir oder eine Tanzlehrerin konsultieren. Darum würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal von euch. Das wäre es gewesen aus Biel mit dem riesigsten Geburtstag von der Diana Tanzschule, hier aus dem Hotel Elite im Balsaal. Ich hoffe es hat euch noch etwas gefallen und wie ihr es schon gesehen habt, das Team bringt es auch so hin. Es ist zwar etwas merkwürdig, aber ok. Ich würde sagen, das wäre es gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.